Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei FIFA 20. Es geht weiter. Nach dem Duell gegen die Frankfurter, wo Fernandes mit seinem Doppelpack und sein 3 zu 3 gerettet hat, geht es nun ins Topspiel gegen den Tabellenvierten. Hoffenheim gegen Mainz, beziehungsweise Mainz gegen Hoffenheim. Ich glaube, ich habe ein Heimspiel, ja. Ich habe ein Heimspiel. Doch bevor wir reinkommen, wie immer, durchchecken. Hahnheide ist verliehen worden, das finde ich gut. Weil du das Spiel erfinden kannst, kann ich auch daraus sprechen. Sie ändern ihre Kriterien ab oder fügen neue hinzu. Oder ich schicke sie woanders hin. Komm nach der Schweiz, kannst du weiter nach Österreich gehen. Da bist du, da ist schon jemand. Dann geh dann mal nach Italien. Bauen wir da mal was auf. Und der Kollege Justus Weiß hat Portugal abgegrast. Warst du denn auch schon in Spanien? Geh du mal nach Spanien. Als nächstes müssen wir Leute wahrscheinlich auch mal nach Afrika und Asien schicken. Südamerika, dass wir die anderen Kontinente auch abdecken. Nicht nur in Europa unterwegs sind. Aber wir sehen, Topspiel gegen Hoffenheim, das wird sicherlich nicht leicht. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zusammenfassung und mal schauen, was in dieser Partie so passiert. Topspiel am sechsten Spieltag. Der Fünfte aus Mainz empfängt im Vierten aus Hoffenheim. Um die erste Chance dieses Topspiels gehört den Gästen aus dem Greichgau. Ciao Mario auf Morales. Eher in der Doppelspitze mit Timo Werner. Doch Morales zieht hier sofort an. Morales. Morales. Die Führung für Hoffenheim. Keine sechs Minuten gespielt. Und Morales bringt den Tabellenvierten hier in Front. Wobei Müller nicht ganz gut aussieht. Aber hier natürlich vorher Baku im Mittelfeld den Ball viel zu leicht verliert. Bell zu zaghaft ist. Und dann Müller den Ball im Kurzneck reingehen. Das hier sehen wir es nochmal. Da sieht er nicht gut aus. Trifft den Ball nur mit dem Unterarm. Mainz kurz darauf. Bisschen geschockt. Und Vazquez mit dem Fehlpass. Latza. Auf Porro. Den Rechtsverteidiger. Kunde. Wenn man etwas Glück bleibt, der Ball in den eigenen Reihen. Porro wird geschickt. Porro. Sucht die Ansprechstation. Das Traore. Mit dem Haken. Boetius. Und klasse Parade von Baumann. Baumann klärt den Ball zur Ecke. Hier nochmal schöne Annahme. Schneller Abschluss. Baumann reißt die Hand nach oben. Und klärt damit den Ball zum ersten Eckball der Partie. Aron Martin bringt den Ball rein. Auf dem kurzen Pfosten. Ball wird geklärt. Doch Mainz setzt nach. Traore. Niakate. Bell. Der Ball ist weg. Kontermöglichkeit für die Hoffenheimer. Hoffenheim baut auf. Doch. Boetius setzt nochmal nach. Und Mainz baut neu auf. Über Latza. Links raus. Aron Martin. Schönes direkte Spiel. Da ist Onisivo. Onisivo. Und der verzieht knapp. Die Möglichkeit hier auf den schnellen Ausgleich. Karim Onisivo. Mittellinks. Etwas verzogen. Der Ball rutscht über den Schlappen. Dann wieder die Hoffenheimer. Eine abwechslungsreiche Partie hier zu Beginn dieses Topspiels. Morales. Torschütze. Morales. Mit dem Ballverlust. Und die Mainzer. Mit der Kontergelegenheit. Über Jean-Paul Boetius. Boetius treibt den Ball. Legt weiter auf Onisivo. Onisivo. Steckt durch auf Matheta. Matheta liegt quer. Und da ist Boetius. Der Ausgleich. Boetius hat diesen Angriff initiiert. Und am Ende ist er es, der nur noch den Fuß hinhalten muss, nachdem er wunderbar von Jean-Philippe Matheta in Szene gesetzt wird. Ausgleich verdient die Mainzer nach dem Rückstand die aktivere Mannschaft. Und hier haben sie sich belohnt. Kein Problem natürlich für die Niederländer ins leere Tor zu treffen. Halbe Stunde gespielt. Einwurf der Mainzer und dann Kunde. Rechts raus auf Porro. Direkt auf Traore. Oh, dann Ballverlust. Und dann schaltet Hoffenheim schnell um. Timo Werner und Morales im Doppelpass. Werner. Immer noch Werner. Werner liegt quer. Morales 2 zu 1. Die Hoffenheimer effektiv in dieser ersten Halbzeit. Eiskalten der Chanceverwaltung. Schön rausgespielt. Der Doppelspitze. Werner mit dem Blick. Und ähnlich wie Boetius hat natürlich hier Morales kein Problem, den Ball in quasi leeren Tor unterzubringen. Erneute Führung für die Hoffenheimer. Doch kurz vor der Pause nochmal eine Möglichkeit. Fehlpass im Mittelfeld. Die Hoffenheimer und Mainz schaltet um. Latza. Schön gesehen, dass Boetius gestartet ist. Jean-Paul Boetius. Boetius hält den Ball zurück. Da ist Kunde. Und das ist der Ausgleich. 2 zu 2. Diese erste Hälfte im Topspiel zeigt vor allem den zwei effektiven Mannschaften. Mainz zwar mit ein paar Abschlüssen. Mehr als Hoffmann, aber aufs Tor kamen etwa gleich viele. Schön den Ball erobert. Boetius mit dem Blick legt zurück. Und Kunde nimmt das Ding direkt. Keine Chance für Baumann. Der Ausgleich noch vor der Halbzeit. Und hier perfekt getroffen. Scheint sogar noch leicht aufs Standbein gelangt zu sein. Nach dem Wiederanpfiff die erste Ecke für Hoffenheim. Kopfballfreude nie geklärt. Doch sie setzen nochmal nach. Werner gegen Nierkate. Werner, schön gemacht. Werner. Dann erholt sich aber Aaron Martin den Ball. Nierkate. Und dann wollen die Mainzer umschalten. Latza wird eingesetzt. Latza. Mateta. Und dann Unisivo. Karim Unisivo. Hält den Ball wieder. Weiter auf Mateta gelegt. Mateta. Steckt durch auf Unisivo. Unisivo. Klasse Parade von Baumann. Oliver Baumann reißt da gerade noch so den Körper. Macht er groß. Da sehen wir es. Mit der Brust wird er den Ball ab. Ecke für die Mainzer. Und die bringt nichts ein. 20 Minuten vor dem Ende. Weiter Abwurf auf Porro. Lee. Rechts raus auf Levenet Zunali. Direktes Spiel auf Mateta. Mateta hält den Ball. Auf Quaison inzwischen eingewechselt. Robin Quaison. Legt ab. Da ist Latza. Latza an den Pfosten. Da knallt der Ball an Saluminium. Immer noch 2 zu 2 im Topspiel. Die Mainzer wollen den Sieg. Vergeben hier die Möglichkeit. 10 Minuten vor dem Ende. Die Hoffenheimer. Mit etwas Platz. Taizan. Taizan verliert das Duell gegen Latza. Und Mainz schaltet wieder um. Latza auf Lee. Lee. Quaison. Steckt weiter durch auf Jean-Philippe Mateta. Mateta. Mit der Drehung. Den Haken. Mateta. 3-2 Mainz. Das Spiel ist gedreht. Mainz geht erstmals in dieser Partie in Führung. Und mit Hilfe des rechten Pfostens geht der Ball diesmal rein. Vor ein paar Minuten noch Latza mit dem Pech. Weil der Ball eben rausgeht. Und hier trifft Mateta perfekt ins lange Eck. Schaut sich das Eck ab. Und dann rein dafür. Mainz hat das Spiel gedreht. 3-2 Führung gegen Hoffenheim. Kurz vor Schluss. Ein Wurf für die Mainzer. Boetius auf Latza. Latza verlagert das Spiel. Rechts raus auf Porro. Der sofort weiter auf Levin. Als Zunadi spielt. Als Zunadi guckt. Flanke. Mateta. 4-2. Das ist auch der Endstand. Mainz gewinnt. Dank eines Doppelpackes von Jean-Philippe Mateta. Mit 4-2. Am Ende auch verdient. Und unter der Woche geht es in der Champions League weiter. Wenn die Mainzer im ersten halben Spiel ihrer Champions League Karriere auf Spartak Moskau treffen. Hier nochmal schöner direkter Ball. Jetzt Zunadi mit dem Blick. Flanke in die Mitte. Und Mateta nickt das Leder ganz cool ein. Zum 4-2-Endstand. Und damit dem 4-2-Heimsieg im Topspiel zwischen Mainz und Hoffenheim. Die Defensive hat nicht besonders gut ausgesehen. Dafür war die Offensive da. Doppelpack von Mateta in der zweiten Hälfte. Und damit ein 4-2-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim. Was uns so ein bisschen Motivation bringt. Weil nun als nächstes steht das Champions League Spiel gegen Spartak Moskau an. Ihr habt es gerade in der Gruppe schon gesehen. Die sind mit einer Niederlage gegen Liverpool gestartet. Und für mich wird es natürlich wichtig da jetzt einen guten Start. Einen guten Heimstart in der Champions League hinzulegen. Bis dahin bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und ciao Leute.